ja guten morgen freunde herzlich willkommen sonntag der 14.3 heute in landtagswahlen also heute vor oder danach noch schön wählen gehen wir machen es schnell die losung und hauen heute zurück in den gierkreislauf diesen coolen kann man nicht merken sticky admin poach 5x7 inch in wolf grey dazu für die männer ein kleines aftershave und nach den coolen use your gear schlüsselanhänger von tfg das könnt ihr wunderbar in eure vorhandenen taschen patchen uns zu erweitern so ein bisschen aufzuräumen dass der klein chrom so nicht in der gegend rum fährt so den hauen wir heute raus dann geht es danach gleich wieder mit dem video weiter jetzt würde ich sagen und euch alle stellen kaffee jetzt hätten wir einfach mal schnell auf monitor und schauen mal wer den admin poach bekommt los geht's wir haben diesmal 684 aufrufe und 76 kommentare dann schauen wir doch mal wer hier heute glück hat ja wohl 76 gültige kommentare und der admin poach geht an dann daniel 10 78 hallo dennis vielen dank wieder mal für diese tolle aktion viele grüße daniel es ist es daniel dann dann würde ich mal sagen oder ein bisschen komisch geschrieben oder die schreibweise noch nie gesehen vielleicht die seien und spitzname oder hier nicht nehmen aber wie auch immer die verschiedene kennen hier daniel 10 78 herzlich herrn klüstrumpf ich brauche den bursen 10 78 herzlichen lieben stuf von steine tasche und bald in diesen coolen admin poach erweitern da gebe dir in die kanalbeschreibung dort findest du meine e mail adresse schreib mir e mail ich brauche deine postanschrift so dann machen wir schnell weiter wir haben hier noch mehr von diesen süßen kleinen victorinox messerchen und das machen wir heute auf die reise das schönes gelbes ding mit den coolen basics und ich würde nur sagen das ist ja genau das richtige für den schlüsselbund dass das nicht verloren geht machen wir das hier gleich an so einen tools for chance use your gear patch dran und was packen wir noch dazu wir haben hier noch machen wir noch das volle patch set heute zu ne auch noch mal den kleinen 1 inch rubber patch und den normalen weil die halt hier gerade so rumliegen da gibt es heute das totale tfg mini fanset und wisst ihr was wir packen auch noch mal so wenn das vielleicht einer von den jungs gewinnt haben wir eins von diesen coolen aftershave das zeug ist einfach herrlich so würde ich sagen mitmachen und mit ein bisschen glück hast du bald ein ein kleines victorinox und tools for chance patches fanset an einem schlüsselbund also wie immer kommentar hier unten ins kommentarfeld und dann losen wir nächsten sonntag aus wer hier und wicker einen schlüsselbund bekommt so wenn er nicht wählen war ab mit euch raus landtagswahlen in zwei bundesländer ciao freunde macht's gut bye bye